Servus und herzlich willkommen bei Chefvlog. Among Us ist gerade irgendwie in aller Munde. Jeder spielt es, egal ob es Paluten, egal ob es Maxify, Zombie, Moldado, ich glaube Montana Black spielt es. Also irgendwie spielt es jeder, Julian Bam spielt es. Und in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr euch eine Among Us Figur selber basteln könnt. Ganz sehr simpel, aus Papier. Ich mache mal auf, ich habe ja keinen Handfrecher. Sogar mit dem Todesknochen, also wenn er gestorben ist. Genau, und wie das funktioniert, das zeigt euch jetzt Jonas, denn ich kann es nicht. Ja, also deswegen wird es Jonas basteln und ich werde das zu nur sprechen. So, als allererstes braucht ihr drei Faltblätter in der Größe 15x15 in eurer Lieblingsfarbe. Dann brauchen wir ein Stück weißes Blatt in der Größe 4x8 cm für den Knochen. Und ein Oval in der Größe, so dass es dann drauf passt. Das könnt ihr zum Schluss dann abmessen. Dann brauchen wir noch einen Leim. Stifte zum Ausmalen für das Visier. Und eine Schere. Als erstes nehmt ihr ein Faltblatt und faltet es einmal in der Mitte. Dann wieder aufklappen und nochmal in die andere Richtung falten, sodass dann auf dem Blatt vier gleich große Vierecke zu sehen sind. Dann klappt ihr es auf, nehmt die untere Kante, die untere lange Seite und faltet sie bis zur Mitte. Das Ganze wieder aufklappen und jetzt die obere Seite bis zur jetzigen Faltkante, die gerade entstanden ist, durch das untere Hochknie. Nun nehmt ihr die Seite und faltet sie auch bis zur Mitte. Nun nehmt ihr die untere Kante und faltet sie ins obere Drittel, dass es etwa so aussieht wie jetzt im Video. Dann die Ecken schön bis zur Mitte gerade falten, sodass dort ein Dreieck entsteht. Dann zieht ihr die Dreiecke raus. Das geht etwas schwer. So, da sieht man es nochmal so. Dass dann die Dreiecke so nach außen stehen. Danach werden diese Dreiecke wieder an die Kante gefalten. Dass es dann so aussieht. Das auf beiden Seiten natürlich. Und dann die Ecken, die ihr gerade gefalten habt, nach innen umklappen. Immer schön sauber arbeiten, damit es dann zum Schluss auch schön aussieht. Jetzt wieder nach oben zurückklappen. Das wären die Beine im Übrigen. Und die innere Ecke werden jetzt noch hochgeklappt, damit es vom Vornen aussieht, das wären das Beine. So sieht das Ganze jetzt aus. Das war der Unterteil. Jetzt nehmen wir uns das zweite Blatt, falten es einmal in der Mitte. Falten es wieder, also machen wir es wieder auf. Und falten es nochmal in die andere Richtung. Nehmen uns den Unterkörper. Legen die mittleren Kanten aufeinander. Und falten das Blatt, wie im Video zu sehen, um. Damit ihr einfach die Größe habt für den Oberkörper. Jetzt könnt ihr das Ganze rausziehen und wieder zur Seite legen. Nun klappt ihr die obere Hälfte nach unten. Und die Ecken von oben ein Stück zur Seite. Nicht bis zur Mitte, sondern eher so bis zur Hälfte. Sodass die markante Form vom Helm entsteht. Jetzt klappt ihr die ganze Sache auf und biegt die gerade entstandenen Ecken nach innen. Das Ganze sieht jetzt so aus und muss jetzt nur noch fixiert werden. Deswegen nehmen wir uns jetzt den Leim und kleben das einfach einmal komplett fest. Nicht vergessen beim Zusammenfalten, die Ecken müssen nach innen. So, und schon ist der Oberkörper soweit fertig. Jetzt nehmt euch das dritte Faltblatt. Nehmt den Oberkörper, legt den mal an als Skizze. So, dass wir dieses Jetpack, was die immer um haben, anzeichnen können von der Größe her. Das sieht dann etwa so aus. Jetzt nehmt ihr euch eine Schere und schneidet das Ganze einfach aus. So, die Schere kommt an die Seite legen. Jetzt habt ihr dieses ausgeschnittene Blatt. Nehmt euch den Leim und den Oberkörper. Und macht Leim auf das gerade ausgeschnittene Blatt und klebt es an den Oberkörper an. So, dass es halt wie gesagt aussieht, als wäre es ein Jetpack. So sieht das Ganze dann von vorn aus. Jetzt nehmt ihr euch das weiße Blatt. Wie gesagt, 4 x 8 cm. Kliegt das einmal in der Mitte. Nehmt die äußeren Kanten, kniegt die bis zur Mitte. Nehmt jetzt die gerade gefaltenen Kanten und macht dazu ein Dreieck rein. So wie jetzt gerade im Video zu sehen, das ist vielleicht ein bisschen frickelig. Aber das sollte man hinbekommen, dass es etwa so aussieht. Und faltet das Ganze nach unten. Wenn das Ganze so aussieht, sollten wir jetzt irgendwie versuchen, das Ganze in eine Art Knochenform zu kriegen. Und falten deswegen auf der Rückseite die Ecken nach oben. Das könnte so oder so in etwa dann aussehen. Jetzt nehmt ihr die Außenkanten und faltet die ein kleines Stück in die Mitte. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um das ein bisschen die Form eines Knochens hinzubekommen. Nicht zu weit, sonst sieht es da ein bisschen komisch aus. In etwa so. Dort müsst ihr ein kleines bisschen probieren, aber das ist zu schaffen. Nun nehmt ihr euch die Schere. Und schneidet oben in der Mitte einen kleinen Ritz rein. Und faltet diese Ecken dann wieder nach unten. Um halt, wie gesagt, diese Knochenform zu erhalten. Und das Ganze könnte jetzt etwa so aussehen. Nun nehmt ihr euch Leim. Und beschmiert den Knochen von beiden Seiten mit Leim. Und klebt ihn in euren Unterkörper. So, dass er natürlich oben rausschaut. Schön festkleben. Und schon könnt ihr den Oberteil draufstecken. So, als letztes kommt das Visier dran. Das klebt ihr natürlich auch auf den Helm. Also auf den Oberteil der Among Us Figur. Schön mittig. Dann nehmt ihr euch am besten einen schwarzen Stift. Und zeichnet an der Kante, wo ihr gerade aufgeklebt habt. Und malt einfach dort kurz nach, damit es ein bisschen deutlicher wird. Nun nehmt ihr euch den blauen Stift und malt oben die Spiegelung ein, so wie ihr das für richtig haltet. Und die andere Fläche einfach blau aus. So, das war's. So, könnt ihr eure kleine eigene Among Us Figur sehr basteln aus Papier mit wenig Material, relativ schnell. Jonas hat das mega gut gemacht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen. Teilt die ganze Sache. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tony22. Tschüss. 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 ARD Text im Auftrag von Funk